schlechte nachrichten für millionen rentner zum ersten januar 2024 wird tanken und heizen wieder teurer kraftstoffpreise werden steigen mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de leider gibt es wieder schlechte nachrichten für rentner autofahrer arbeitnehmer und pendler ab dem ersten januar 2024 wird es wieder teurer jetzt werden sich fragen woher weiß ich das relativ einfach grund dafür ist die erhöhung der sogenannten co2 abgabe die ebenfalls bestandteil des kraftstoffpreises ist nachdem man die eigentlich für 2023 geplante erhöhung ausgesetzt hat soll es nun laut neuem haushaltsentwurf der bundesregierung teurer werden und zwar wird die tonne co2 um ein drittel teurer das heißt von 30 euro die tonne auf 40 euro die tonne und diese erhöhung hat unmittelbar auswirkungen auf den spritpreis und auf die energiepreise wie heizöl und erdgas so soll sich nach berechnung des außenhandelsverbands für mineralöl und energiebenzin um 3,5 cent und diese allein um 4 cent pro liter über nacht vom 31 12 2023 auf den ersten januar 2024 verteuern ja das heißt also da können wir überhaupt nichts machen diese erhöhung der co2 abgabe wird natürlich dann an auch andere lebensbereiche betreffen wie zum beispiel kosten für heizöl und erdgas und natürlich auch direkt dann zum beispiel lebensmittelpreise weil lebensmittel müssen in deutschland oft mit lkws und anderen transportmitteln die gas und öl betrieben sind letzten endes transportiert werden und diese kosten werden dann wiederum an die verbraucher weitergegeben verbraucherrentner arbeitnehmer weitergegeben insgesamt hofft die bundesregierung müssen sich mal auf der zunge zergehen lassen dass aus der aus den erlösen der co2 betreisung 11 milliarden euro für 2024 eingenommen werden das sind rund 2,3 milliarden euro mehr als 2023 ich sage diese energiepreis abzocke ich kann es nicht mehr anders bezeichnen für mich ist das nichts anders als eine bodenlose abzocke geht zu lasten für alle rentnerinnen und rentner verbraucher arbeitnehmer und vor allen dingen geht sie munter weiter und wir können nichts dagegen machen außer nur sparen und das kann natürlich nicht im sinne des erfinder sein ich sage keine guten nachrichten zum start des jahres 2024 für millionen rentnerinnen und rentner und arbeitnehmer näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppet